Meine Damen und Herren, es ist angerichtet, Zusteigen heißt jetzt dabei sein, Wintertraum am Alexa. Es ist das ganz große Besteck und hinter uns sehen wir schon den Propeller, den wir als allererstes ausprobieren. Hast du Bock drauf? Natürlich! Auf jeden Fall! Drei, zwei, eins, auf geht's! Der Propeller, ich sag mal, das war ja was für Anfänger. Das hier ist was für richtige Männer. Der Höllenblitz, darf man mal gehört? Nein. Der Höllenblitz ist die größte Indoor-Achterbahn der Welt. Bisschen Angst? Es geht schon noch. Ich? Ehrlich gesagt ja. Egal, auf geht's! Das nenne ich mal ein amtliches Fahrgeschäft für Dschungelkönig. Darf ich vorstellen? The King! So, jetzt heißt es Breakdance! Das ist nix für schwache Nerven. The Tower! Der Wintertraum am Alexa. Gehalten, was er versprochen hat, oder? Ja! Es hat einen riesen Spaß gemacht und jetzt gibt's noch eine Runde Glühwein! Ja! 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 Mann, bis jetzt? Ja! Da! Ja! heute.... Vielen Dank.